CRV beim Trading. Warum ist es egal bzw. worauf musst du achten, um ein guter Trader zu werden? Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Video. Heute geht es mal um das Thema CRV. Ich kriege oft die Frage, was für einen Stop benutzt du, was für ein Target benutzt du, was ist dein CRV und all solche Fragen. Und es ist komplett egal. Stop und Profit, Target, also TP, was ich benutze, spielt überhaupt keine Rolle. Ich benutze immer einen Take Profit, ich benutze immer einen Stop Loss und er muss dahin, wo er halt hin muss. Das macht keinen Sinn, mit festen Stake Profits oder mit festen Stop Losses zu arbeiten. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Wir sehen ja, der Markt tut sich hier unten in diesem Widerstandsbereich der Triple Stake schwer. Wir haben einen Breakout, der Markt kommt zurück. Klassischer Pullback und wir gehen in die Bewegung weiter. Wenn wir das jetzt traden wollen, wir sagen mal ganz klassisch, wir machen einen Breakout. Das heißt, wir gehen hier rein. Was haben wir denn für Möglichkeiten, wo wir einen Stop hinpacken können? Das hier ist beispielsweise unser Entry. Unser Stop kann super aggressiv hier hin. Er kann hier hin. Er kann aber auch irgendwo hier unten hin. Also diese drei klassischen Möglichkeiten haben wir. Woanders hinzupacken macht eigentlich keinen Sinn. Gehen wir mal auf Möglichkeit 1 ein. Was ist das Besondere an 1? Das heißt, das hier, dieser Stop ist ja extrem aggressiv. Das ist wirklich für die Sculpt Trades mit extrem nicht riesig. Wir wollen, dass der Markt sofort anläuft. Das heißt, wenn wir den Stop Loss hier wählen, kann es durchaus passieren, dass wir den Rücksetzer nochmal ausgestoppt werden, wenn der Markt halt hier oben kein Moment mehr entwickelt. Der Stop hier unten ist so der klassische Stop. Und das hier unten ist eher so, wenn man Swing Trading machen will und mal Korrektur mitnehmen will. Was macht denn von diesen Stops am meisten Sinn? Natürlich macht es Sinn, so nah wie möglich, aber auch so weit weg wie nötig. Weil es bringt uns nichts, wenn wir einen Stop super nah am Markt wählen, dass wir durch das normale Marktrauschen ausgestoppt werden. Das heißt, irgendwo so eine Mischung aus Variante 1, Variante 2 macht Sinn. Variante 3 macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, irgendwo in diesem Bereich hier macht es Sinn, vielleicht mit Minitial Stop auf 2 zu arbeiten, den dann nach 1 relativ schnell zu ziehen, sobald die Rotation hier umschließt, läuft die nächste Rotation an, wandert der Stop hier hin. Das heißt, ein Stop-Shift hier hin, dann hier hin, macht Sinn und dann wieder in dem Bereich hier hin, wenn der Markt mit Dynamik weiterläuft. Und sobald wir sehen, dass der Markt hier oben eine Exhaustion bildet, dass wir viele Käufer haben, kaum noch ein neues hochbilden. Wir sehen, wir haben vorher ein Delta-Extrem und der Markt tut sich schwer. Das heißt, hier oben wäre dann natürlich der perfekte Exit. Und ihr seht es schon, wir gehen mit dem Exit raus. Das bedeutet, bei den meisten Trades ist es sinnvoll, den Stop aggressiv nachzuziehen, Kerze nach Kerze, High Volume, nach High Volume, beziehungsweise dann bei Gegensignalen so schnell wie es geht rauszugehen, um halt keine Korrekturen mitzunehmen. Aber was bringt uns das, wenn wir die Strecke von, wenn wir jetzt vom Entry von hier hin bis hier oben hin, das mitnehmen und lassen uns dann noch hier unten ausstoppen oder lassen uns sogar hier unten ausstoppen im Worst Case, weil wir sagen, ja, aber ich habe doch kein CRV von 2, 3, 4, 5, 2, 1 und das bringt ja nichts. So traden sehr viele und das bedeutet, das ist ganz, ganz schlecht, tradet nicht so. Warum? Wenn ihr so tradet, dass ihr immer auf euer CRV beharrt, was ihr haben wollt, ignoriert ihr ja, was der Markt macht. Ob ihr Gegensignale bekommt plus ihr gebt einen Großteil eurer Gewinne wieder ab oder im schlimmsten Fall sogar alles und geht noch im Verlust raus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, nach irgendeinem festen, gefahrenen CRV zu traden, bringt euch überhaupt nichts. Ihr müsst aus einem Trade rausgehen, wenn der Trade nicht anhört. Ihr müsst in der Lage sein, Gegensignale zu erkennen und dann Trades zu liquidieren und dabei spielt es keine Rolle, was ihr für einen CRV habt. Wichtig ist, eine hohe Trefferquote und geringe Verluste zu haben. Lieber viele Trades zu schließen, die nicht anlaufen oder die nur ein paar Ticks anlaufen oder mit ein paar Ticks im Minus schließen, wenn der Markt nicht das macht, was ihr wollt und nicht Dynamik entwickelt, sondern vor sich hin pendelt. Ihr wollt ja kein Glück haben bei euren Trades. Das heißt, wenn Märkte nicht anlaufen oder ihr gigantische Stops habt, ist das quasi nur Glück. Dann ist es komplett egal, in welche Richtung ihr reingeht. Dann kommt es wirklich nur darauf an, habt ihr Glück, läuft der Markt gerade in eure Richtung, macht eure Riesenstrecke, bevor ihr euch ausstoppt oder nicht. Wenn ihr aber traden können wollt und das Ganze lernen wollt, dann macht ihr kleine Stops, aggressive Stop-Management und müsst erkennen, wann hört eine Bewegung auf, wann schlecht wird eine Bewegung, geht dann raus. Das heißt, ihr verdient kein Geld über CRVs. Das ist ein absoluter Irrglaube. Wenn ihr über CRV Geld verdienen wollt, müsst ihr irgendwelche statistischen Systeme traden, wo ihr vielleicht etwas über 50% Trefferquote habt. Müsst dafür aber auch alle Trades machen, die in einem Jahr passieren. Müsst das System jedes Jahr wieder neu anpassen und gucken, wo da eure Edges passieren. Das heißt, die Liste an Abers und Vents ist so groß, dass man damit nicht wirklich nachhaltig aus dem Markt rauskommt. Das heißt, wenn ihr nachhaltig in 2023 traden wollt, müsst ihr lernen, Stops zu verwalten, aggressive Stops zu verwalten. Ihr müsst erkennen, wann Gegenbewegung auftreten. Ihr müsst verstehen, war es überhaupt Sinn, macht einen Stop hinzulegen und was nicht. Und ihr müsst euer Ego runterfahren und sagen, wenn der Trade nicht anlässt, läuft nicht an, habe ich einen Fehler gemacht, habe es übersehen und der Markt will einfach nicht und müsst lernen, Trades zu liquidieren. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr die Edge, dass ihr auch mehr Geld verdient. Und genau diese Art zu traden, mache ich auch immer auf meinem Live Trading Room auf Patreon. Link dazu ist in der Videobeschreibung, wie ich das Ganze Live Trade und jeden Tag 3.000 Dollar damit aus dem Markt raushole. Genau mit sowas. Wir haben auch im Live Trading Room über 20, 25% der Trades, schließen wir mit Plus, Minus, Null und der Rest ist fast immer im Gewinn und Verlusttrades halten sich dadurch extrem in Grenzen. Wir haben auch von 100 Trades vielleicht ein Verlusttrade und der Verlust ist dann 4 bis 8 Ticks maximal. Und dann haben wir ein paar Prozente Plus, Minus, Null und in Summe kommen wir jeden Tag so auf Plus. Wir haben gar keine Minustage dadurch. Wir machen jeden Tag um die 3.000 Dollar Plus in zwei Live Sessions 15.30 Uhr, 21 Uhr jeweils 1.500 Dollar. Mal machen wir an der einen Session 3.000, in der anderen vielleicht nur 500, wenn der Markt dann tot ist oder wenn wir auf den News warten müssen, aber in Summe immer 3.000 am Tag. Und das mit genau das, was ich euch hier gerade zeige, mit so einem aggressiven Stop-Management. Ich erkläre das auch immer live. Ich sage, wir gehen da und da rein, da muss der Stop hin. Ich zeige euch, wie man den Stop nachzieht. Ich sage, warum ich einen Stop aggressiver nachziehe, warum vielleicht mal passiver nachziehe oder wann ich auch mal auf den Close-Button klicke und aus dem Trade rausgehe. All das lernt ihr in meinem Live Trading Room. Und das Ganze ist komplett händisch. Ihr könnt das Ganze aber auch automatisiert machen. Das heißt, wenn ihr solche Sachen sagt, das ist mir zu kompliziert, so schnell bin ich nicht, ich möchte auch die Signale besser verstehen, ich will nicht nur dem Markt hinterherlaufen, ich will zum Beispiel jetzt in dem Fall nicht nur Breakout-Traden, aber ich verstehe nicht, wann man Breakout-Tradet war nicht, dafür habe ich meine Algos. Dann schaut mal im Algos-Shop vorbei. Link ist auch unter dem Video in der Beschreibung. Dort könnt ihr meine ganzen Algos euch anschauen, könnt damit traden und super schnell erfolgreich werden. Der Algo Return of Investment liegt bei zwei Monaten aktuell. Das heißt, Algo holen, nach zwei Monaten sind die Leute schon im Plus mit dem Algo. Das heißt, haben das zwei- oder dreifache vom Algo-Kaufpreis raus. Ich sage immer, einen Monat lang lernen. Wenn der eine Monat lang gut verläuft, dass man alles verstanden hat, kann man ins Live gehen. Boom, hat man im nächsten Monat seinen Profit schon wieder raus, dass man das zwei-, dreifache vom Algo-Preis raus hat. Ganz wichtig, das ist keine Gelddruckmaschine. Ihr werdet damit nicht, wie immer, andere Trader das behaupten, ins Unendliche skalieren können. Das funktioniert im Traden nicht. Das heißt, durch die Marktdynamik, durch die Marktvolatilität, durch das Marktvolumen, seid ihr natürlich trotzdem limitiert. Aber ihr könnt mehrere tausend Euro am Tag aus dem Markt rausholen und das ist komplett ausreichend, um ein sehr angenehmes Leben zu führen. Man wird nicht mit Trading von einem Tag auf einen anderen Millionär. Man kann auch keine tausende von Kontakten einfach in irgendwelche Trades, in irgendwelche Märkte reinballern. Das funktioniert auch nicht. Aber man kann durch fleißige Arbeit oder mit Algo-Trading mehrere tausend Euro am Tag aus dem Markt rausholen und das Ganze auch sehr entspannt, ohne dass man einen Herzinfarkt bekommt und ohne dass man 20 Stunden am Tag vorm PC sitzen muss. Das heißt, wenn euch für Algos interessiert, schaut mal auf den Algo-Link. Wollt ihr das Ganze händisch live sehen, wie ich das Ganze mache im Footprint, dann schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Liked und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.